Hallo Freunde, der ist Sport und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 16 mit der Pro Club Liga und unserem mittlerweile vierten Spiel der Liga und somit startet auch die Rückrunde. Am Anfang sei noch mal erwähnt, für alle die mitmachen wollen, wir spielen auf dem PC und wenn ihr mitmachen wollt, schreibt einfach in die Kommentare oder geht auf die Multigamer Seite, da gibt es einen Transfermarkt und da könnt ihr schauen, bei welcher Mannschaft ihr spielen wollt. Alle anderen Mannschaften sind noch mal verlinkt und jetzt geht es dann ins Spiel. So, ich bin unten durch. Aua. Da Schulz! Ja, wieder. Der alte Sack, der Räder. Schulz, Siemens, Gronoreux, alle da. Klein fehlt noch. Achso, stimmt. Konnt ich mal vergessen. Ich bin der berühmte KI-Spieler. Äh, Talit. Ich laufe alle auf mich zu hier. Da läuft gar keiner auf dich zu. Doch. Was? Wie viele Verfolgungswahlen, glaube ich. Ja, ich tue ja, die Verfolgungswahlen. Uh, der sieht gut aus. Um hier herlaufen. So, jetzt auch noch mal gucken, ob Tobi das mit dem Timing hinbekommt. Wenn dann da die Flanke kommt, die kommt nicht. Kommt aber nicht. Schade, Patrick. Wir haben leider den letzten Schritt nicht durch. Was war das denn? Der Geiste. Wie jetzt? Wie jetzt? Was nu? War er noch mehr Abseits oder was? Boah. Ne, das war faul. Der hat faul gepfiffen. Oh Gott, ersthaft. Er sagte irgendwie keine große Sache, der Kommentator. Weiß nicht, wer da gefoult haben soll, aber naja. Ja. Er hat ein Ball getreten. So ruhig. Hm? Grieche. Oh, sorry. Aufpassen da. Kein Ding. Unser Trainer ist übrigens schlecht. Wir haben noch nie eine Videoanalyse gemacht. Keine Zeit. Haben wir überhaupt einen Trainer? Und wir will zu das Trauerspiel wirklich sehen. Haben wir überhaupt einen Trainer? Ne. Leute, das ist das zweite Mal, der dich über den Weg läuft, ja? Könnt ihr den bitte abstellen? Das wäre super. So, ich stehe raus. Nein, das war ein interessanter Stand. Von dem hätte ich gerne nochmal eine Zeitlupe. Ganz andere Seite. Tobi. Ah, du bist ja nicht der Läufer. Ich weiß. Das vergesse ich immer wieder. Wir wollten, dass ich groß bin. Ja, ja, das richtig. Ich leide dich auch dafür, dass du den so spielen kannst. Ich muss das jetzt mal probieren, der so groß ist. Ich würde. Jetzt hast du es auf Band, Tobi. Oh. Es wird eingerahmt. Es wird eingerahmt, ja. Lässt er sich auf CD schreiben und dann ist es eingerahmt. Goldene Schale wird auch da drauf. Patrick wird rausgeschnitten. Das ist ein Tor. Der Ball wird dann vorne, auf der linken Seite ist einfach so von Luft geführt. Ja. Oh man, der Bot kriegt den Fokus. Welcher Bot ist eigentlich da vorne? Ich, der wahrscheinlich der Abwehrspieler oder so. Der linke defensive Mittelfeldspieler. Oder rechte, weiß ich nicht. Macht dieser Typ da. Ey Junge, pisse dich mal nach hinten. Los. Erstaunt, Kano. Ja, los, 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 los. Fuck. Oh Junge. Wenn du, was machst du da vorne? Wir haben keinen Offensivspieler, der KI gesteuert ist. Da steht der im Abseits rum. Aber stimmt der Innenverteidiger. Nein, wir haben zwei. Nice zwei. Das war mein Kollege. Ja, was hat er da gemacht? Er hat dann nichts verloren da vorne. Ich dachte, der Jam spielt nicht mehr mit. Drauf da. Drauf, nein. Oh, die erste Gelegenheit. Torben sogar. Torben. Ja. War das. Zählt für unsere Statistik. Oh Mann, Leute, ey. Erste Gelegenheit gleich im Gegendor. Ja, da habe ich mich auch mal ein bisschen irritiert, ne? Geht erst drauf und dann doch nicht. Weil ich nach hinten gegangen bin. Ja, dann sei da einfach nicht. Da ist denn hin? Ja, weil das ist Strafraum, das ist meine Zone. Ah, da kriegt er keinen Fokus mehr. Lupen. Wie gesagt, Grieche, die zweite Reihe gehört den Defensiv-Mittelfeldspielern. Kommt schon, Leute. Noch ist nichts verloren. Nee. Ach. Sowieso nicht. Eieieieieiei. Was denn? Komm nicht, Leute. Machst du? Stark. Leider nicht stark genug. So, Jungs. Mit der Idee, die Typen da abdenken. Ein 6. Tobi? Ja. Komm. Schade. Raus von der Ecke. Puh. Ich wollte den Rhein pusten. Der hat den Rhein geschossen. So, wie stellen wir uns auf? Jetzt ist es Tobi da. Alle raus. Alle raus. Und nach hinten. Nach hinten mit euch. Nach hinten. Kriege. Alter. Gibt's doch nicht. Hinten ist hinten. Insel sogar. Servierungstaktik. Erst schlechte Ecken und dann eine Bombe raushauen. Alter. Ey, sie haben mich komplett eingemauert, ey. Wir wissen schon warum. Ja. Komm zu nix in dem Spiel. Ich fühl mich geräuscht. Danke. Gibt's da noch mal ne Eckball? Den mach ich. Alles nach Hause. Alles andere nach Hause. Mir nach. Boah, warum zieht ihr den so weit? Ich weiß noch nicht warum. Hab den grad mit zwei Balken versehen. Hör doch mal auf hierzu. Eier, du Heinz. Komm. Schön bedrängt. Das kann nicht sein. Ey, das ist. Nochmal. Das ist doch verhext, hier. Wo ist die Hexe? Ja, komm. Ehe. Boah. Ganz stark, Krausberg. Im Westen. Die böse Hexe des Westens. Na, du kommst da aber nicht durch mit der Flanken. Hinten. Hinten, hinten. Alter, die stehen mit 6-7 Mann auf der Linie hinten. Ja. Heißt, ob die jetzt noch offensiv spielen? Ja, die spielen wahrscheinlich komplett auf Abgeriegel jetzt mittlerweile. Ah. Falsche Taste gedrückt. Falsche Taste gedrückt. Das ist halt halt nicht schlimm. Ja, doch, das kann doch schlimm werden. Sehen Sie ja nämlich wieder ein Strafaumrohnen und wollen Kopfwelle machen. Lass uns erstmal in die Halbzeit gehen. Unten außen. Mach ein Schnörkelst. Macht eh den dann. Ey. Geht wird nicht. Nicht hier gut mitgelaufen. Ich wollte dich anspielen. Außen. Demeter. Aha. Ist doch wieder hängen geblieben. Unglaublich. Na gut, also ich sag mal so, wir haben ungefähr 90% Ballbesitz und machen die ganze Zeit Druck aufs Tor. Aber nix zu wissen. Wir haben 50% Ballbesitz. Ja, gefühlt sind es mehr. Also, wir haben ja wirklich die ganze Zeit den Ball vorne. Ja, das merke ich auch in meiner Ausdauer, die jetzt wieder ein bisschen abkackt aufgrund dessen. Sonst habe ich mich eigentlich ganz gut wieder im Griff gehabt. Aber wir machen die ganze Zeit so viel vorne. Wir müssen Tore machen, ja. Ganz wichtig, dass wir das jetzt mal schaffen, hier das Ding zu versenken. Also, bisher haben die eine Chance, ein Tor. Aber daran sieht man auch, dass man selbst wenn man nur mit zwei Leuten spielt, und das machen unsere Gegner, eine Chance hat gegen eine Mannschaft mit acht Leuten. Kommt, ruft da, Mensch. Torwart. Ich bin eigentlich schnell, das ist das Problem. Nee, nee, nicht du, nicht du. Achso, okay. Das ging um Nils. Nils da ein bisschen unschlüssig wirkte. Rauchst du durch, Schuto? Ja, ja. Komm, Schuto, jetzt mal. Ey, wo spielt der die scheiß Flanke hin? Gibt's doch ja nicht. Mach den kaputt. Kommt schon. So einfach nur Zeit von der Uhr. Puh. Halt fest. Wahrscheinlich zwei Spiele, zwei gelbe Karten für mich. Oh, ey, ich reiß aber echt nix hier. Duft, ah! Meine Herren. Oh, schön. Oh, oh. Übliche Problem, du gewinnst den Zweikampf und kriegst den Ball nicht. Ja. Wie das so ist. Einer muss draufbleiben und der andere muss grätschen, nicht beide grätschen. Dann sind beide weg vom Mann. Ja, das ist geil. Ich fieber da hinten immer mit und dann drücke ich den Spieler in der Form. Ja. Na, den Ballern nehmen, das lernt man, glaube ich, am Anfang. Ja, das ist mit, vor allem nicht mit dem Oberarm. Ja. keine ahnung wie er mich angeschossen hat aber jetzt mal lang einwurf machen oder da auch wo du jetzt auch lange bringt wenig vier ich musste dennoch so stark spielen dass er den ich wieder verhungern lässt ich meine angelegenheit langer fosten ich zurück leiko auch zurück jetzt was ist endlich reingelaufen wir kriegen gleich die zweite luft hier leute müssen tor machen weg die mobile einfach wegschießen ja das geht gar nicht ja ja ich weiß ich du dir das vorstelle ich weiß du warst nicht dran aber die musik unter kontrolle auf mit ach schade schade schön gespielt und oben noch mal oben hat er gerade aufs hintermann genau wie der die bälle nimmt ey das ist so beschissen hier wir spielen die bälle nicht an steh ruf wo jetzt haben wir die zweite luft gekriegt ab nach vorne abseits weg damit mann 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 und geht da hinten äh noch ne einiges schief vor der läuft auch nicht wenn das heißt nicht wir haben sehr viele chancen aber machen sie nicht der mit das kann nicht sein so jeder nimmt man nimmt in der mitte hier da hat er einen ball getroffen ich stehe oben ich raste aus hier leeres tor und er knallt das ding drüber junge also da kann es ja ausrasten bei so was lauf 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 ja 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 doch das ist nicht wahr 426 die chance und immer noch nicht die wurden meine herren doch vor allem egal was wir versuchen das ist doch verhext hier oder was wirst du mir erzählen junge 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 dran da jetzt es zurückziehen sind vier leute kommt nach vorne jetzt spielen sonst hat pfeift er gleich ab nicht so ja du musst dich präzisieren die ball nach vorne genau zum spiel komm jetzt schuto nein und jetzt lang konfu fighting hier wieder erlaubt oder was meine herren wir verlieren das spiel also ganz ehrlich ich bin immer ein parteiischer mensch aber das spiel haben wir verdient eigentlich zu gewinnen und nicht zu verlieren meine fresse wie viel chancen haben wir gehabt 420 vier nur prob überschlagen wir hatten vier schüsse aufs tor acht schüsse gesamt muss man ganz schnell die tabellen die statistiken durch forsten aber ich war auch richtig schlecht in dem spiel mir ist halt nichts gelungen aber gut bleibt wie gesagt sehr spannend in der liga ich glaube jetzt sind alle ungefähr gleich auch was die punkte angeht und ich würde sagen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder ich wünsche noch einen schönen tag euer schuto